Warum erhalten Sie als Speditions- oder Transportunternehmen eigentlich keine Bewerbung? Dieser Sache gehen wir jetzt auf den Grund. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Maximilian Nolte, Gründer und Geschäftsführer der Sanul Media GmbH. Wir helfen hier tagtäglich unseren Speditionen, Transport- und Logistikunternehmen dabei. Qualifizierte Mitarbeiter, also Kraftfahrer, Disponenten, Fuhrparkleiter, Kommissionierer, Disponenten, Speditionskaufleute, also die Liste ist lang. Da helfen wir jeden Tag dabei, qualifizierte Bewerbungen zu erhalten, diese einzustellen und langfristig das Problem auch in den Griff zu bekommen durch eine solide Arbeitgebermarke. Aber heute möchte ich mit Ihnen einmal das Thema beleuchten und auch durchleuchten, warum Sie ja explizit, Sie als Speditionen oder Transportunternehmen keine Bewerbung erhalten. Das Video ist auch was für Sie, wenn Sie vielleicht schon die ein oder andere Bewerbung erhalten, aber das vielleicht manchmal auch mehr Glück oder mehr Glück und Zufall als Verstand tatsächlich ist oder es halt irgendwelche Empfehlungen sind. Und der größte Punkt tatsächlich ist im Prinzip, egal ob es jetzt um einen Fuhrparkleiter, um einen Kraftfahrer, um einen guten Disponent oder was auch immer Sie aktuell suchen, der Hauptgrund ist tatsächlich, dass Sie ja im Vergleich zum Branchendurchschnitt, vielleicht auch zum Nachbarbetrieb, zu der Spedition nehmen an oder jemand, der genau Ihren aktuellen Mitarbeiter sozusagen sucht, den Sie sich eigentlich wünschen, die sehen genauso aus wie Sie. Die schreiben genau das Gleiche aus wie Sie. Die Seiten ähneln sich fast schon, weil ja, alles ist heutzutage nach einem gewissen Gusto. Selbst wenn Sie eine Social-Media-Agentur oder irgendeinen Dienstleister haben, der Ihnen bei diesem Problem hilft, es sieht alles heutzutage gleich aus. Und das ist eigentlich das größte Problem, weil ja, der gute Mitarbeiter, egal ob es jetzt ein Disponent ist oder ein Kraftfahrer, der weiß jetzt nicht, wo soll ich mich bewerben. Das Einzige, was Sie dann vielleicht an Bewerbung erhalten, ist das von der Person, die sowieso grundlegend immer auf der Wechselsuche ist, die sagt, okay, ich trage mich hier mal ein. Weil wenn ich jetzt mal mein Handy rausnehme, das ist ja alles sehr, sehr einfach geworden heutzutage. Ich könnte jetzt quasi bei Facebook reingehen oder auf irgendwelche sonstigen Plattformen wie Google und nach dem Jobtitel suchen und ich hätte direkt Dutzende Anbieter. Machen Sie das vielleicht mal. Dann sehen Sie, wie leicht das Ganze aussieht und wie ähnlich. Und seien wir mal ehrlich, wer hat dann da wirklich Lust und ja Zeit als guter Mitarbeiter, der schon langjährig in Lohn und Brot ist, der vielleicht 10, 15, 20 Jahre für irgendeinen Betrieb arbeitet, sich genau mit dem Betrieb auseinanderzusetzen und sagen, da bewerbe ich mich jetzt. Das passiert super selten und deswegen erhalten Sie auch gar keine Bewerbung, weil Sie einfach nach einem Standard arbeiten. Egal, ob Sie das jetzt selber machen seit 10, 15 Jahren oder es vielleicht sogar irgendeine Agentur oder was auch immer da für Sie quasi arbeitet, das Ganze umsetzt. Auch diese nutzen im Prinzip nur einen Standard. Ein ganz weniger Prozentteil hört man wirklich genau hin. Wir referieren da schon ziemlich lange drüber. Wir schreiben Dutzende Reports, vielleicht kennen Sie den einen oder anderen. und hier geht es wirklich immer um das Thema, wie kann ich denn überhaupt eigentlich, das war vielleicht laut, wie kann ich überhaupt eigentlich gute Mitarbeiter bekommen? Und ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, es geht erstmal darum, überhaupt zu verstehen, was ist Ihr Betrieb? Und da geht es jetzt nicht darum, was befördert er, welche Produkte oder sonstiges, sondern was macht Ihr Betrieb aus? Was für eine DNA haben Sie? Und das müssen Sie nicht beantworten, sondern das müssen wir beantworten. Das bedeutet, wir unterhalten uns mal mit Ihren Mitarbeitern, stellen am Telefon ein paar Fragen. Acht, zehn Minuten dauert das Ganze und dann fangen wir an, natürlich auch mal die Unternehmen zu verstehen. Es gibt Vorgespräche. Das hört sich vielleicht alles sehr kompliziert an, ist es aber nicht, weil das die Basis ist für einen wirklichen langfristigen Erfolg, um diese Art Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Natürlich gibt es einen, laut Statistik, laut Zahlen, aber es gibt keinen für unsere Partnerbetriebe, also jedenfalls keinen wahrgenommenen. Und deswegen sage ich ganz klar, ich wiederhole mich, weg von Schema F, weg vom Standard, das funktioniert nicht. Das muss ich Ihnen ja jetzt nicht sagen, weil Sie warten wahrscheinlich schon etwas länger auf Bewerbung. Und ich kann Ihnen auch sagen, es wird immer schlimmer. Das bedeutet, Sie bekommen immer weniger Bewerbung oder die, die Sie bekommen, sind halt einfach schlecht, weil Sie von der Bezahlung etwas unterschiedliche Vorstellungen haben oder einfach von der Arbeitsmoral überhaupt nicht passen. Und Sie überlegen sich jetzt, was kann ich tun? Dementsprechend muss da aufbrechen, mit Mitarbeitern sprechen, mal nach außen gehen, sich mal was trauen, vielleicht mal einen guten Kraftfahrer einfach interviewen oder lassen Sie das einen Mitarbeiter machen, der da Lust drauf hat und dann vielleicht auch mal die Kamera auspacken und einfach mal mit den Personen ins Gespräch kommen. Das hört sich alles jetzt nach viel Arbeit an, ist es aber nicht. Weil die Lösung ist es ja im Prinzip, einfach den guten Mitarbeitern die Wertschätzung zu zeigen, die Sie wirklich, Voraussetzung, Sie schätzen Ihre Mitarbeiter, aber davon gehe ich jetzt mal aus, diese Wertschätzung einfach mal nach außen zu kommunizieren. Und wenn Sie da einen Partner oder einen Profi an der Seite haben, funktioniert das natürlich alles viel schneller und es wirkt halt auch einfach vernünftig und echt und professionell. Aber selbst Sie könnten das im Prinzip morgen direkt angehen, indem Sie einfach mal mit einem Mitarbeiter sprechen, sofern er natürlich auch Zeit hat oder Sie planen sich das ein und ja, schreiben mit, kommunizieren das und schreiben mit und gehen dann mal in die Außenwelt, sprich Facebook. Das wird sogar schon reichen, wir müssen gar nicht mehr machen und dann erhalten wir tatsächlich auch schon die ersten Reaktionen in Form von Kommentaren, in Form von Privatnachrichten auf die Fanpage, die wir da eingestellt haben, in Form vielleicht von auch Anrufen bei der Spedition. Und wenn wir das alles noch ein bisschen professioneller aufziehen mit einer vernünftigen Bildsprache, das heißt, es werden Bilder gemacht, auch das können Sie im Betrieb selber machen, jeder heutzutage hat ein gutes Smartphone und das Ganze wird verpackt in Form von Werbekampagnen, Werbebotschaften und wir spielen es einfach mal nach außen. Und ich sage Ihnen, Sie bekommen die ersten Bewerbungen, die auch grundsätzlich zu Ihnen passen. Warum? Weil wenn Sie mal ein Video drehen, was vielleicht eine Minute geht oder vielleicht auch länger, das schaut sich grundlegend eigentlich erstmal nur derjenige an, der sich da auch für interessiert. Und wenn das dann auch noch die Zielgruppe ist, im Beispiel eines Kraftfahrers, im Beispiel eines Disponenten, einen Fuhrparkleiter oder Kommissionierer oder was es auch alles da draußen gibt, wonach Sie gerade suchen, der schaut sich das an und denkt, Mensch, das könnte vielleicht passen. Und dann müssen wir es ihm einfach machen. Hören Sie auf mit irgendwelchen, ich wiederhole mich aber öfter schon in meinen Videos, hören Sie auf mit irgendwelchen komplizierten Bewerberprozessen und kompliziert ist heutzutage sogar schon, schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie uns deutlich an, also zu Geschäftszeiten oder gehen Sie auf irgendein Kontaktformular, wo ich noch einen Lebenslauf oder ein Anschreiben hochladen muss. Das ist schon kompliziert. Machen Sie es der Person einfacher. Auch dabei schaffen wir Abhilfe. Also, es geht ganz klar darum, weg von Schema F, das können Sie vielleicht sogar noch ein paar Tage durchziehen, aber schauen Sie bitte nach links und rechts. Das bedeutet, Ihre ganzen Betriebe in der Region suchen Mitarbeiter, Fachkräfte. Es gehen viele Leute in Rente. Wir verlieren viele Stammfahrer, die den Betrieb grundsätzlich super kennen und vielleicht sogar auch mit aufgebaut haben. Die verlieren wir irgendwann, vielleicht nicht in den nächsten Wochen, vielleicht auch nicht in drei Monaten, aber bestimmt in den nächsten ein, zwei Jahren. Und wenn wir dann nicht vorbereitet sind, dann haben wir halt ein Riesenproblem. Also, gehen Sie auf www.sanul-media.de, wenn Sie einfach mal wirklich genau bei diesem Thema Hilfe brauchen und sagen, Mensch, ich höre mir das mal an, was die jungen Leute da sozusagen tun und dann freue ich mich auf Sie. Bis bald.